Ich muss auch noch 400 damage mit Minigun machen. Stabilität. Komm, wir kommen mit. Ja. 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 Ich sehe zwei Enemies und die sind da oben rein. Das war viel schlauer von denen. Ah, ich bin tot. Ich habe das hier gebracht. Ja, moin. Aber er ist low. Er ist white. Hab ihn. Ich probiere zum Tresor zu kommen. Ja, ich scanne und mache kurz die Küste. Die sind on. Einer hat einen 53er Hit of white. Das gibt es nicht, Mann. Die sind im Tresor jetzt. Ja, Mann. Die sind im Tresor. Ja, Mann. Oh, scheiße. Da noch deine scheiß Challenge. Nee. Muck. Was ist das? Ich hatte 46 der Film, als er dich geholt hat. Bitte scheiß in der Arena auf deine Challenges, ok? Ja. Hä? Was streamst du? Ja. Aha. Road to 6K. Das war's von mir. Das war's von mir. Das heißt, wann streamst du? Gerade eben. Das heißt, du musst jetzt anständig sein. Das war's von mir. 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 Ja. Das war's von mir. 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 Okey. Doch. Hier unten, da mal. Das ist glaub ich西. Hier rennt irgendwo jemand. Ja. Ja! Der ist da unten. nadie наuch. Ich probier von oben. er ist low wir haben zone nice man du hast die karte oder hast du snipe moni ja ein bisschen bald schuss ja auch hier ist noch eine gold larka habe ich ich brauche aber noch ein baar ich brauche noch eine shotgun wieviel leichte mund hast du kann ich dir alles geben ich habe 200 hast du schon gedroppt? tragezeiten? ne hier ich brauche noch ich brauche noch ich brauche noch ich brauche noch was ist das da? ich brauche noch ich brauche noch Interessante ma ich brauche noch die war ich brauche noch was hast du in hier 3 Biggies ich mach mal eine mini weg weil ich habe jetzt einen shot gefunden ich habe drei biggys dabei ja da sind gegner wo 82 headshot alter minigun ist so ab der rennt da ganz hinten da will durchziehen der schwimmt weg schwimmt hier hin bist du low lass ihn mir weil ich brauche das leben ich ganz kurz wissen ob hier irgendwo nades liegen ich weiß du willst nicht dass ich auf challenges gehe aber hier ist so ein drecks briefkasten deswegen hier sind nades oder habe ich die challenge schon ich glaube ich habe die sogar schon aber ich probiere es und mache es trotzdem 6 kills haben wir mit perfekten boot aber nämlich hat es noch nicht fast zum lootshot jetzt bekomme ich noch eine bessere shotgun ja mein minigun ist so op vor allem die mythische ich habe zwei jumpets ich glaube mir gleich nur eins und wie viele zuschauer hat der stream 8 1 2 1 2 1 2 ich und noch jemand save jasmine 0 nein save jasmine jasmine 1 2 1 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 Ja, Minus 31. 35er Hit, droppen wir mal den Chumpep noch. 35er Hit. Ich wurde angesnipet, Süden. Ich sehe sie. Nice. Ich bin der Team 50er. Da haben sie von da drüben Auge. Oh nein. Ich glaube, die wollen Chumpeppen. Hä? Wie war der nicht drauf? Die move, die laufen irgendwie voll komisch. Minus Shoot Brake da unten. Der Bauch. Der Händler im Minus 36, ich habe Chumpep geplaced. Ich hätte es fast nicht mehr drauf geschafft. Ich kann mir hier. Ich kann mir auch kurz den DG. Die anderen kommen. Spray mit deiner Minigun sonst. Ich werde von der anderen Seite gelasert. Ich bin sowas von dead. Hab einen. Der andere ist White. Hab den anderen. Ich habe noch einen Chumpepad. Ich habe drei Mad Kids dabei. Ich komme, ich muss mir eins gönnen. Hab der eins getroppt. Und hab Chumpep geplaced. Ja, die schießen's weg. Scheiße. Ich baue meins auf. Die kommen auch angeflogen. Ja. Weiß ich mich pushen wollen. Der andere ist aber noch ein bisschen weiter weg. Ich gehe in die Zone. Ach, sie haben mich runter gebaut. Die Pisser, Mann. Vierzehnter. Hättet ihr aber acht Pils. Ja, also vierzig Pils. Eine Runde mach ich immer. Aber ich mache nichts mehr. Ich mache es noch. Und zwar eine Runde. Die P Scheisse. Der ist doch wahrscheinlich nicht. Der ist dochnhälter. Der ist doch nicht mehr. Die Puriere. Die Piste. Die Pistole. Die Piste. Die Piste. Die Piste. Die Zähne. und um alle diese agenten auf full gold zu bekommen muss man level 300 werden für die 12 bis 22 Uhr dann gehe ich nach der Runde auf. Was? 12 bis 22 Uhr dann wieder nach der Runde bin ich weg. Hast du die 7 Elixier Ding gemacht? Ja die war eher easy. Wie? Wie wie? Die 7 Elixier Ding hast du die durch? Ja. Was hast du da für ein Deck gespielt? Weiß ich grad nicht mehr. Aber einfach. Kann es sein dass du die andere meinst? Die 3 fache Elixier? Die war auch einfach. Die 7 fache Elixier Ding ich hab ein Ding ich hab ein mal einen win geholt. Kann man das Deck jetzt noch anschauen was man da hatte? Du hast dann ein Main Deck gespielt dann. Wollt's drauf? Ja. Aaaaahhhhhh. Das war das. Ja Junge das war ja einfach. Mega Ritter, Riesenskelett, Ballon, Bowler, alles drauf. Alter. Die war richtig einfach. Du hast da ein Wind geholt. Ich hab ne Pump. Ich auch. Wo sind die gelandet? Keine Ahnung wie viele kommen die überhaupt mit? Ich hab zwei. Ich hab ein Duo. Ah dann hab ich da noch Ofen gespielt. Ne Ofen hab ich da nicht gespielt. Das war eine andere Herausforderung. Ja Junge das war einfach. Ja Junge das war einfach. Ich bin raus aus dem Haus. Ich bin raus aus dem Haus. Schillt hätt ich auch gern aber auf kannst. Ich hab drei Minis für dich. Also zwei Minis. Einer hat einen Locked. Wann noch ein Schillpark? Wann noch ein Schillpark? Ja toll. Erst One-Shot. Nice. Noch reingedunzt hab ich. ich hab ein medkit für dich ja wie schaffst du den anderen aus dem leben genommen? zwei headshots, ein buddyhit ich hab auch ein medkit hä wo sind die dann gelandet? ich glaub die sind da bei diesem weißen Haus gelandet und dann hinter also hintenrum zu mir glaub ich oder sie haben hier gelootet ne hier sind nur Küsten was hattet ihr da noch so für's stuff? genau, hat mich gelootet nice kein ahn ich in den titanik ja das safe gold, gar gold, spast, alles schumpet schumpet ja ich schau mal kurz was da hatte ich hab halt nicht mal heal dabei aber nen enter haken war knapp dran das was ich geschätzt hab was er hat graue pump und graue AR ich geh zu nem ding spot ich komm auch hab nen heavy sozusagen hei hei der ist auch verstanden von den toten ich hab grad den genock gehabt ist doch nice kein enter haken mehr ne die dann sogar die würd ich nehmen außer du willst nicht mehr ne ne du kannst ne ne ich hab kein platz dafür ne hier hier meine nades weggemacht und die bandage kann mitgenommen die bandage kann mitnehmen und die bandage kann mitnehmen und die bandage kann mitnehmen oder das ist doch die bandage kann mitnehmen und die bandage kann mitnehmen und die bandage kann mitnehmen ich hab leider keinen platz ich hab leider keinen platz hier siehts aus du wie beim messi wie beim messi Goal, Goal an Messi, 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 wieviel? 4500 also nur noch Top 12 bei mir, ja und 2 Kills, hab ich auch. Oder einfach ein Win, dann hätten wir vielleicht sogar gar kein Minus gemacht. Und auch Bar-Kills halt, 4 Kills noch, dann hätten wir keine Minus gemacht. Was ist dahinter? In einem Haus da. Was ist dahinter? Genau. 5 Kills, 4 Kills, 4 Kills, 3 Kills. Ok. jetzt kommt in die 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 Po, ist das hier sogar ungelootet? ncm sieht der Loot shop komisch aus Da wo wir gerade waren, wird jetzt richtig gefightet. Wir haben einen Jump-It. Nein. Du weißt, hast du einen Jump-It? Ja. Ich auch. Verkiesst du. Ja. Okay. Gegner hat mich gesehen. Ich gehe nur ein bisschen nach vorne um mir das Trumpet zu holen und dann gehe ich wieder zurück. Im Feld oder was? Ja. Gegner. Der geht hoch aufs Haus. Du hast das Leib, ne? Ja. Lass ein bisschen nach rechts move'n. Hat ein 69er Headshot. Hier ein BG. Lass dahinter und dann durchziehen. Eintörteln, Juli. Ich komm mit. Ich hole kurz den Chess, schauen was drin ist. Vielleicht ne bessere Eier, nö. Oh mein. Nein. Was? Außer lebens. Äh, die pushen. Törtel dich ein. Kein Baubettel. Hat nen 80er. Ja. Ich kann mit nen Biggie. 90er Head. Ich hab halt keine Sounds. Ich hab halt keine Sounds. Ich komm weg. Überlebe nicht. Ein Hit und ich bin tot. 1 HP. Und der Chillmärche im Gebüsch. Und der Chillmärche im Gebüsch. Ich... Puh. Wie hab ich das überlebt? Ich hab so keine Sounds, Mann. Ich hab keine Lust mir nochmal neue Sätze zu kaufen. Ist da denn noch jemand? Nö. Soll ich kommen? Nein. Ich bin tot. Aber du kannst mal Loot nehmen. Bullshit. Ist da wirklich niemand mehr? Ne, ich hab keinen gehört. Oh. Ja, Moin. Da ist noch jemand. Auf meine Sounds kann man sich eh nicht mehr verlassen. Du hättest hier 2 Biggie skinnen sollen. Dann hättest du die Heavy Sniper noch mitnehmen können. Nein. Oh, Tommy. 4 Flossen. Ich scheiße auf die AR. Oder? Ja. Zone. Du hast 2 Jump Pits noch, oder? Ja, soll ich schauen, ob das oben noch da ist. Ja, schau mal. Oh. 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 Oder? Da ist die League. Alles klar. Das ist wiederum. Alter. Scheiß auf. Bro, fein ich doch nicht. Geh wieder. Geh ein paar Stein. Mistzone. Der ist alleine. Alter. Ja. Ja. Man konnte es noch mal Glück, dass er nur eine Pistel hatte. Bleib am besten. Oder geh in die Toilette da. Peter. Peter hat mich niemand gesehen. Da liegen Minis. Scheiß drauf. Ich stelle vor, jemand turtelt sich jetzt hier ein. Gehen die dann kaputt? Nein. Und wenn der alleine ist, dann gehst du raus und gibst ihm No Scone. Nee, am besten holst du die Tommy raus. Ist ja so geil, wer der jetzt in die andere Toilette reingegang. Können zwei Leute in eine Toilette? Nein, glaub nicht. Ah doch, geht, glaub ich. Alter, ich seh nichts. Die healen dich. Ach, James. Geh auf deine Tommy. Ist er raus? Nein. Nein. Alter. Stell dir vor, jemand ist zu zweit. Wenn jetzt der Rocket kommt, würde ich damage bekommen? Nein. Glaube ich nicht. Der ist ins Klo. Als ob das andere eine Toilette war, wo man rausjumpen konnte. Jetzt geh raus. Ah, ich chill dir. Jetzt werden die gefokust. Alter, ich bin in der Zone. Die Toilette triggert mich. Ich kann nicht rausschauen. Aber da, wo ich hinschauen will, geht's nicht. Ich hör's einfach so. Oh oh. Hören die das, wenn du die Waffe wechselst? Ich weiß nicht. Ich lass's lieber. Ich bin auf der Tag. Ich bin weg. Nein, die Zerjungen. Die sind grad kommen. Die sind grad kommen. Ja. Hast du Placement schon bekommen? Ja. Ja. Ja, wenn das jetzt noch nicht Top 12 wäre, dann wüsste ich auch nicht. Dann haben wir uns hier gefühlt nur so los. Ich hab' die raus. Nein. Ich hab' die raus. Da lag doch noch safe im Biggie rum, oder? Da lag doch noch safe im Biggie rum, oder? Die haben aber safe im Charmpad auch. Du hast zwar auch noch eins, aber... Ich muss halt vor denen moven. Ah ne, ich hab' Fische. Du movest einfach mit denen. So als wenn du den hier dritter Mate wärst. Oh, steig' aus, steig' aus, steig' aus. Nehm' Tommy. Richtig? Ja, er hat nen Jump-Hit. Dann noch noch Fische. Gönn dir einen. Jetzt wart ihr nochmal. Und jetzt geh' raus und aufs Jump-Hit. Ehre genommen. Oh. Gönn dir Fisch. Bin noch nicht in der Zone. Nice. Es ist... In drei Leuten alleine. Nice. 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 Ich glaub' du kannst noch high. Doch, doch. Na, da chill' noch wer. Ja. Ja. Baue dich sonst hinten in der Zone hoch und geh' auf high. Du hast Fische. Scheiße, das war genau das Gegenteil von dem, was ich machen wollte. Gönn dir einen Fisch. Gönn dir einen Fisch. Nein. Eins gegen eins, was? Ja. Ja. Wie viele Punkte haben wir? 4.640. Genauso wie ich gecallt hab. Wir haben null Punkte gemacht. Hä? Das ist halt echt so. Ja komm, lass doch mal ne Runde. Wie ich's gecallt hab. Wir müssen mal 4 kills machen. Ich Böhm. Ich Böhm. Äh, 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 äh. Hä, lol. Du hast halt echt noch gecallt. Was ich eher witziger fand an der Runde, dass im Klo halt ziemlich bei sich eingeschlossen haben. Und dann snipe ich ihn einfach weg. Das war jetzt mein zehntes Duomatch, was ich in dieser Season gewonnen habe. Loll. Absolut nichts Minus oder Plus gemacht. Ja, German Alphacars hat was hochgeladen. Einen schönen Auto, äh ne, fuck BMW. Ach Junge, wenn ich das schon wieder sehe. Das ist Truck. Ne, Digga, da ist eine ganze Reihe voll mit Ford Mustangs. Oh mein Gott, das ist Truck. Ja, auf der Autobahn. Patrick ist auch immer der größte Liker aller Zeiten. Bei der? Mhm. Ja, nice. Auch immer direkt als, so, mir immer so gefiel der Erste. Hm? Du musst schon sagen, Truck Digi. Zum Glück hatte ich Fische und der nochmal Fische. Mhm. Du musst schon sagen, Truck. Ne, das muss ich nicht sagen. Doch, musst du, Digi. Da gibt's keinen anderen Ausweg. Doch. Geht nicht schlecht aus, aber nicht Chuck. Und er sieht... Ja, okay, Chuck ist untertrieben. Sorry. Ja, du bist sorry. Puuu. Ja, eigentlich müsste man hier den Link schicken, was du da immer raushaust, man. Dann checkt sie's. Alter, wie gut fliegt der da vorne. Ist so, gell? Ah, okay, er schafft es nicht über den Berg, oder? Doch. Doch, schafft er. Junge, wie? Der geht da oben rein. Das landet oben. Sind die beide da oben gelandet? Äh, da rennt noch einer rum. Aber ja, ich glaub schon. Egal, ich hab ne Shotgun und naja. Fightest du? Ja. Okay, dann sind die hier irgendwo über mir oder unter mir. Der hat schon die Minigun, was? Ich hab's gar nicht gecheckt, dass er vor mir steht. Ja, der hat die Minigun. Fast gefinisht. Sollen sie herkommen. Schaffst du. Nicht um 12, aber 13 Uhr ist schon okay. Hopefully we can. Das war's. Ja, jetzt bin ich dead. Ja, ich bin weg.